Plant Björn Höcke Ministerpräsident in Thüringen zu werden durch eine Blitzwahl? Wie es schon 2020 mit Thomas Kemmerich funktioniert hat? Wir gucken uns die aktuellste Gerüchteküche dazu gemeinsam an. Moinsame, ich bin Olli, für kritischen Content jetzt ein Abo da lassen. Und viele von euch werden sich zurück erinnern an 2020. Es war ein genialer Schachzug, den Höcke seinerzeit gemacht hat, dass man nämlich den Unterschied hat im ersten und im zweiten Wahlgang, um einen Kandidaten zu wählen, benötigt es die absolute Mehrheit, sprich 50 plus eine Stimme, also 50 Prozent plus eine Stimme quasi, was im Landtag von Thüringen bei 88 Sitzen 45, sorry, so ist es richtig, 45 Stimmen sind. Und das hat damals nicht gereicht für Bodo Ramelow in den ersten beiden Wahlgängen, so dass es dann im dritten Wahlgang war, dass Kemmerich gewählt wurde von der AfD auch und dementsprechend in der einfachen Mehrheit gereicht hat. Und das war Thomas Kemmerich. Dann wurde er direkt zum Ministerpräsidenten vereidigt. Und was danach passiert ist, man weiß es ja mittlerweile, wie absolut undemokratisch dann verhandelt wurde und umgegangen wurde und diese Wahl muss rückgängig gemacht werden, etc. Und jetzt kommt ein ganz neues Gerücht, was ich ja auch schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, der Höcke plant da etwas. Vielleicht ist was Wahres dran. Und der Plan sieht folgendermaßen aus. Kurzer Weg an die Thüringer Macht. Plant Höcke seine Blitzwahl? Fragezeichen heißt es hier. Björn Höcke gibt den strahlenden Thüringer Sieger. 32 Prozent, klar Platz 1. Muss man ihm lassen. Doch er schweigt eisern bei der entscheidenden Frage. Mit wem will der Rechtsextremist ja immer dieses Wording, ich kann es nicht mehr hören, denn nun für die erste AfD-Landesregierung schmieden. Am Dienstag sagte er dann auch noch ohne Begründung seine Teilnahme an der Landespressekonferenz nach der Landtagswahl mit allen Landtagsparteien ab. Ja, warum sollte er auch dabei sein? Mit ihm möchte doch sowieso keiner koalieren und keiner sprechen. Also kann man sich die Zeit doch sparen, oder? Wie seht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Nach Bildinformationen prüft die Thüringer AfD eine Art Blitzplan. Höcke könnte sich demnach durch ein Thüringer Hintertürchen im Eilverfahren zum Ministerpräsidenten wählen lassen, wenn er die anderen überrumpeln kann. Ja, und das ist ja jetzt nichts Neues. Also da habe ich ja vor Wochen, wie gesagt, auch schon mal darüber philosophiert und gedacht, der Herr Höcke hat da bestimmt noch irgendwie einen Plan im Hinterkopf. Und mal gucken, was da rauskommen wird, dass das jetzt hier so eine Überrumpelungsaktion ist. Das wage ich zu bezweifeln. Aber mal schauen, vielleicht wird es wirklich funktionieren. Wie soll das Ganze ganz genau aussehen? Ich habe ja gerade schon ein bisschen das Thüringer Wahlsystem oder überhaupt das Wahlsystem ganz genau erläutert. Sprich, in den ersten Wahlgängen, erster und zweiter Wahlgang, benötigt man halt mehr als 50% der Stimmen. Und im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Und wenn wir uns das Ganze angucken, ich habe mir das auch nochmal ganz genau durchgelesen, hier in der Landesverfassung, habe ich hier geöffnet, muss man ein bisschen scrollen, Artikel 70 ist das nämlich ganz genau der Landesverfassung, da sehen wir nämlich die Landesregierung hier. Die Landesregierung ist das oberste Organ, sie besteht aus Ministerpräsidenten und so weiter. Und jetzt Punkt 3, der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Mehrheit seiner Mitglieder, sprich über 50%. Er hält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Der zweite kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen hält, also die einfache Mehrheit. Der Ministerpräsident, und das wird nämlich gleich auch nochmal ganz spannend, er nennt und er lässt die Minister. Er bestimmt einen Minister zu seinem Stellvertreter. Und stellt euch mal vor, Björn Höcke wird Ministerpräsident, aber wir haben keine AfD-Regierung. Das hat es noch nie gegeben, Leute. Das könnte tatsächlich darauf hinauslaufen. Man hätte Höcke als Ministerpräsidenten, aber keine Landesregierung der AfD, sondern von einer anderen Partei oder mehreren Parteien, vielleicht CDU und BSW. Und der müsste die Minister nennen. Das wird ein richtiges Fest. Es wird sehr, sehr amüsant, was da abgeht. Das Ganze heißt nämlich hier, tritt der neue Landtag zusammen, Termin offen. Allerdings, da müssen wir nochmal zurückgehen zum Artikel 50 in der Landesverfassung. Wir können den Termin zum spätesten Zeitpunkt zumindest definieren. Wann das nämlich stattfindet, ungefähr sehen wir nämlich in Artikel 50 wiederum unter Paragraf 3 hier oder Absatz 3. Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags. Dies muss spätestens am 30. Tag nach den Wahlen erfolgen. Also in diesem Zeitraum wird es jetzt passieren. Könnte direkt die AfD einen Wahlvorschlag einbringen für Höcke als Ministerpräsident. Also zum Verständnis nochmal. Der Landtag trifft zusammen, egal ob eine Koalition schon besteht, zwischen zum Beispiel CDU, BSW, Linke und wie sie alle heißen, alle nur nicht AfD, wir wissen das ja, könnte aber der Landtag sich zusammensetzen und würde dann sagen, okay, hier sind wir, wir haben noch keine Regierung gefunden, wir halten jetzt aber unseren Landtagssitzungen hier ab und wir wählen verschiedene Posten. Denn da ist nämlich auch noch neben den Ministerpräsidentenposten ganz wichtig, der Punkt offen, wer wird denn der Landtagspräsident? Der Landtagspräsident und auch der Alterspräsident. Der Alterspräsident, fangen wir erstmal da an. Alterspräsident bedeutet, der älteste Kandidat im Landtag in Thüringen wird der Alterspräsident. Der hat dann auch die Ehre, die erste Sitzung zu eröffnen, zu leiten. Das haben wir schon gesehen, beispielsweise im Bundestag, nämlich bevor die AfD 2017 in den Bundestag eingezogen ist, ist die demokratische Regierung nochmal hingegangen mit ihren anderen Vasallen, Parteien meine ich natürlich, und sie haben geklärt und abgeändert das Gesetz, dass nicht mehr der Älteste vom Geburtsjahr der Alterspräsident ist, sondern derjenige, der die meisten Jahre im Bundestag gesessen hat. So läuft Demokratie. Weil man verhindern wollte, dass Alexander Gauland der Alterspräsident wird. Und dann war es, wenn ich richtig im Kopf habe, Wolfgang Schäuble. Weil der war ja bis zu seinem Tod 50 Jahre fast da. 49 oder 50 hat er ja irgendwann, ich glaube die 50 sogar noch geknackt. Das ist der Alterspräsident. Dann kommt der Landtagspräsident. Der Landtagspräsident, wie gesagt, ist natürlich nochmal eine interessante Kiste. Das obliegt der Partei, ist ein ungeschriebenes Gesetz, muss man dazu sagen, die die Wahl gewonnen hat, sprich die die meisten Stimmen hat. AfD. Dazu muss er aber gewählt werden. Wenn der nicht gewählt wird, worauf es hinauslaufen wird, weil das schon verschiedene Parteien angekündigt haben, ihn eben nicht zu wählen, könnte das bedeuten, dass der Landtag gar nicht weiter agieren kann. Das ist eine ganz, ganz heikle Kiste. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Die AfD hätte dann aber die Möglichkeit hinzugehen und würde jetzt hier einen Wahlvorschlag einbringen und die anderen damit so überrumpeln, weil die darauf nicht vorbereitet sind und dann sagen, wir haben jetzt keinen direkten Kandidaten. Okay, sagen wir jetzt der Vogt. So, die anderen, die Linke sagt jetzt Katja Wolf. Und was weiß ich, die SPD beispielsweise wirft auch noch irgendeinen Raum in den Namen und sonst was. So, und dann wäre es ein schönes zu sehen, dass eben der Vogt nicht genug Stimmen bekommt. Der Björn Höcke genauso wenig im ersten und im zweiten Wahlgang. Aber im dritten Wahlgang, dass weiterhin dann für die jeweilige Partei gestimmt wird, aber da die AfD wiederum 32 Plätze hat, könnte sie damit dann natürlich durch die einfache Mehrheit eben die Wahl gewinnen. Und darauf zielt das ganze Konzept jetzt hier angeblich ab. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das passieren wird. Und warum ist Björn Höcke jetzt auch nicht bei solchen Veranstaltungen dabei? Erstens, weil nicht mit ihm gesprochen wird. Und zweitens, weil sie ihn brauchen. Weil sie ihn brauchen. Ohne Björn Höcke eine Regierung jetzt zu bauen. Das geht von der CDU aus nur mit der Linken und oder, und sogar, mit SPD reicht es ja nicht, sind ja genau 44 Sitze, und der BSW. Und dass man sagt, ja, es gibt ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss von der CDU gegenüber der Linken. Ja, sorry, aber warum gibt es keinen gegenüber BSW? Die BSW ist das Gleiche, nur neun Schläuchen. Denn guckt euch doch mal an, wer in dieser Partei drin vertreten ist. Das sind ehemalige Linken-Politiker, die jetzt in der BSW sind. Warum aber gibt es keinen Unvereinbarkeitsbeschluss von der CDU gegen die Linke? Das ist absoluter Schwachsinn. Also wir sehen, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Kiste. Und hier heißt es nämlich auch noch aus der Führungstage der AfD zur Bild, Zitat, Björn Höcke kann sich zurücklehnen und sich amüsieren, wie sich Mario Vogt abmüht, ein Einheitsbündnis gegen uns hinzubekommen, mit dem BSW und den Linken. Ich halte euch im Laufenden das Wurtein fest, Leute. Es wird richtig spannend zu sehen, wie die Superdemokraten da eine Lösung finden. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao. Ciao.